Was geht ab, ihr kleinen Mäusen? Willkommen zu einer neuen YouTube-Reaction von TJ. Heute gibt es ein bisschen Trash-Content und zwar hat Unico ein Video darüber gemacht, wie Julienko in seinem Podcast über Oli Pocher spricht und ihn scheinbar nicht besonders mag. To be fair, wer tut das schon? Das Internet kocht. Wir müssen reden. Hi Leute, heute sprechen wir mal über Julienko, denn der hat ganz schön vom Leder gelassen. Julian ist ja ganz wild unterwegs seit der ganzen Sache mit Bibi, also der Trennung mit Bibi. Die hat ja sein Image. Ich habe übrigens Unico schon mal getroffen auf der Party. Wir haben sehr lustige Saufbilder. Ich weiß nicht, ob ich die posten darf. Ich glaube nicht. Wir haben einen ziemlichen Bundle durchgemacht, was super interessant zu beobachten war. Und früher waren ja auch deren Linie so, nie irgendwas zu irgendwas sagen. Ja, ich glaube, Julienko ist jetzt mittlerweile so, er gibt da einen Fick drauf. Also er gibt keinen Fick mehr drauf, aber er gibt einen Fick drauf, dass er jetzt mehr sagt. Ja, unterm Strich hat einfach die Klappe zu halten zu jedem Ding, es einfach auszusetzen. Sich nie zu jemandem, zu etwas oder zu sich selbst zu äußern, außer eine Haustour oder irgendwie sowas. Und man muss ja sagen, die Linie hat ja auch funktioniert. Aber seitdem diese Beziehung einfach durch ist, ist er ja etwas redefreudiger geworden. Er hat ja auch diesen einen Podcast zusammen mit seiner Schwester, die witzigerweise auch Bianca heißt. Die heißen der Lügner und der Besserwisser. Ne, 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 die Pätze und der Besserwisser. Und in einer App. Der Lügner und der Besserwisser wäre auch wild. In der Episode letztens ging es darum, sich zu verschiedenen Dingen oder Leuten auch zu äußern. Und das erste Thema, das direkt zu Beginn des Podcasts aufkommt und dann auch eine ganze Weile behandelt wird, ist Oliver Pocher. Und Julian hat zu ihm eine sehr deutliche Meinung. Wir hatten einen Sticker gemacht. Über wen sollen wir denn lästern? Über wen nicht, frage ich mich lieber. So, da kam jetzt raus. Als allererstes steht... Ich hätte Bock auf einen Boxkampf gegen Julienko. Da wäre ich dann. Da wäre ich dauernd. Steht hier, ganz oben angeschlagen, Oliver Pocher. Oh ja. Des Öfteren wurde er benannt. Über den können wir auf jeden Fall ablästern. Magst du den? Ne. Ne, ich mag den auch nicht. Gibt es irgendwen, der Oliver Pocher mag? Also gibt es irgendwer, der wirklich sagt, Oliver Pocher ist ein cooler Typ? Irgendwer? Hm. Aber den mag... Ich kenne fast niemand, oder? Ich glaube auch, das ist so ein typischer Kandidat, den man sich einfach reinzieht. Weil der immer irgendwas komisches, freches von sich gibt. Aber von dem hört man auch wirklich gar nichts mehr, oder? Wenig auf jeden Fall. Der war ja mal eine Zeit lang da. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch... Der hat doch immer diese Influencer-Dings da gemacht. Ja, das macht der ja nicht mehr. Macht der nicht mehr? Ne, ich glaube nicht. Okay. Ja, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Er berichtet dann auch von einer persönlichen Erfahrung, beziehungsweise einem persönlichen... Ja, ich glaube, Julienko hat Oliver Pocher mal im Club getroffen und fand ihn irgendwie richtig scheiße. Ich glaube, das habe ich mal mitbekommen. Zusammentreffen mit Oliver Pocher und scheinbar hat er ihn wohl da in einem Club getroffen. Ah, ja. Und da war ein einsamer Pocher, der sich scheinbar nicht allzu gut verhalten hätte und Julians... Warte mal, Oliver Pocher war alleine im Club? Ne, no shaming dafür. Das könntest du machen. No, no, no shame, dass man alleine im Club geht. Das ist okay. Bild dann so ein bisschen Tee. Aber ich weiß noch, so ist... Ich habe den auch mal im Club getroffen. War sehr, sehr unfreundlich. Wirklich auch sehr arrogant. Einfach ein sehr unsympathischer Typ, kann ich nicht anders sagen. Wo hast du den denn getroffen? Im Nachtflug in Köln. Der hat dann irgendwie einen Tisch gehabt und es war nur noch einer frei. Und dann hatte ich das große Glück, mit ihm an einem Tisch zu sein. Und dann, ah, weiß ich, kam irgendwie so ganz komische Sprüche. Boah, stell dich mal ein Reelsbild vor, stell dich mal vor, du gehst in den Club. Und einfach an dem Tisch sitzen einfach Julian, also Julienko und Oliver Pocher. Wut auf WTF. Ich weiß nicht, was er dann da alles von sich geben musste, aber sehr von oben herab. Ja, weiß ich nicht. Der saß da alleine, oder was? Der saß alleine da, ja. Das ist wieder Opferverhalten. Du gehst doch nicht in den Club alleine und setzt dich an den Tisch. Also in den Club gehen und alleine, um zu dancen? Vollkommen fein. Gar kein Shame dafür. Macht es. Vollkommen fein. Aber Bruder, im Club gehen und dich alleine in den Tisch setzen ist schon ein bisschen peinlich. Allein im Club. Ja. Aber auch ähnlich. Weil dir einen großen Freundeskreis zu haben. Ja, okay, Oliver Pocher darf an fronten. Ganz ehrlich, hier hat so viel Scheiße schon gelabert, dieser Mann. Ja, aber auch ähnlich, wie er es sich so online gibt, hat er sich dann auch direkt so verhalten und muss dann da immer seinen Senf rausgeben. Und weiß ich nicht. Ist wirklich gar nicht mein Fall, der Typ. Ich hab den auf irgendeinem Event nachher auch nochmal getroffen. Er hat auch irgendwas ganz Blödes zu mir gesagt. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt immer mit dem ins Gespräch kam. Eigentlich gehe ich so Menschen aus dem Weg. Also wenn mir jemand online schon so wahnsinnig unsympathisch ist, bin ich eigentlich gar nicht daran interessiert, den überhaupt anders noch kennenzulernen. Weil es ist mir egal, ob man sich jetzt in so einer Rolle ist oder nicht. Man haut die Scheiße halt einfach raus und beleidigt Leute und macht Leute fertig. Einfach nur aus dem Grund, weil man selber irgendwie einen Profit daraus sieht. Und das finde ich halt ganz krass unsympathisch. Und ich kann halt bestätigen, dass er privat genauso scheiße ist, wie er sich online gibt. Digga, Julianquist am Fronten finde ich aber irgendwie sympathisch. Finde ich aber irgendwie sympathisch, dass man mal so die ehrliche Seite sieht. Tja, ein sehr unangenehmer Typ. Amira Pocher kam dann auch noch als Thema auf. Und die Schwester von Julian scheint sie relativ sympathisch zu finden. Julian spricht dann aber über seinen Vorfall mit Tanja und Amira. Und er bezeichnet das, glaube ich, nur als die Sache oder dieses Event etc. Aber ich glaube, ich bekomme sogar noch zusammen, was damals eigentlich passiert ist. Crazy, was so ein menschliches Hirn an random Sachen beibehält. Hey, zu den meisten Sachen könnte man mich fragen und ich würde euch sagen, keine Ahnung, okay. Es ist einfach so viel so und man ist da nicht persönlich investiert. Es ist jetzt nicht so, als würde ich hier alles irgendwie... Ich glaube, Unico ist wirklich King of Trash Game in YouTube Deutschland. Kopfverhalten. Aber irgendeine Kindheitserinnerung wurde wohl dafür verdrängt. Damals war dieses Event zum Weltkindertag von Kinder. Die sind ja eigentlich eine eigenständige Marke. Ich glaube, die gehören zu Ferrero. Ist ja am Ende des Tages auch egal. Auf jeden Fall zum Weltkindertag. Hatte Kinder ein Event. Und da waren verschiedene Leute eingeladen. Das war auch dieses eine Event, wo dann erstmals unbearbeitete Pressebilder von Tanja veröffentlicht wurden. Und dann ja irgendwie unnötigerweise das halbe Internet auf sie losgegangen ist, wegen ihrem Gesicht. Aber da hatte man sie erstmals in Natura gesehen, ohne Filter. Und... Wer ist jetzt Tanja nochmal? Ach so, ja, ja, ja. Tanja, die Freundin von Julienko. Das ist alles so am selben Tag gewesen. Und gleichzeitig war da ja auch dieses Ding, dass Tanja so einen, ich glaube, grauen oder braunen Zweiteiler anhatte. Irgendwie so einen Hosenanzug, glaube ich. Und ihr Blazer hat ein bisschen mehr Haut gezeigt oder zeigen lassen. Und Amira Pocher hat ja zusammen mit Oliver Pocher deren Podcast. Und dann nach dem Event kam eine Podcast-Episode online. Da haben die beiden eben über Tanjas Aussehen gesprochen und meinten, dass ihr Outfit unpassend gewesen wäre. Außerdem wurde aufgebracht, dass Julian irgendwie eine Rolex angehabt hätte. Und dann wurde eben irgendwie gesagt, dass es einfach ein unpassender Aufzug für ein Event für hungernde Kinder oder irgendwie sowas gewesen. Die Ironie an der ganzen Geschichte war aber dann auch, dass Amira Pocher an dem Tag ja anwesend war. Aber da eine Birkin dabei hatte, die je nach Modell deutlich mehr als eine Rolex kosten könnte. Oh Gott. Okay, das ist natürlich peinloh. Also okay, ich kann die Kritik irgendwie verstehen mit der Rowley. Aber ist auch nicht das Schlimmste der Welt. Aber dann mit der anderen Uhr, ja okay. Ich fühle mich gerade, als wäre ich in so einer Episode Real Housewives und würde irgendwelche reiche Leute da mal erzählen. Aber das ist auf jeden Fall vorgefallen. Aber eigentlich hat er ja eine nette Frau, ne? Oder finde ich zumindest einigermaßen sympathisch. Also ich kenne die ja nicht, aber ich finde, sie wirkt eigentlich immer sympathisch und schlau. Also gut, er wirkt jetzt auch nicht dumm, aber ich frage mich auch, warum die beiden? Keine Ahnung. Ich finde, er wirkt so verbittert irgendwie so, als müsste er irgendwas kompensieren. Ja. So mein Eindruck. Ja, selben fühle ich auch. Wird wahrscheinlich auch so sein. Kann sein. Aber eine Birkin ist eine Handtasche. Oh, okay. Nein, ja. Aber ich bin im Game nicht so drin. Aber seine Frau, die haben wir einmal mit der Tanja auf so einem Event getroffen, aber hat jetzt nicht so wirklich die Berührungspunkte da. Ach stimmt, das hast du mal erzählt. Da hat sie doch danach gelästert, oder? Ja, da war irgendwas, ich weiß nicht, ich glaube, sie hat dann der Tanja gesagt, dass sie irgendwie ein unvorteilhaftes Outfit anhatte und hat, glaube ich, auch über mich irgendwas gesagt, dass meine Uhr zu teuer war. Es war so ein Kinderevent. Weiß nicht. Und selber ist sie damit irgendwie in einer Hermes-Tasche rumgelaufen. Also weiß ich jetzt nicht, ob... Ja, okay, ja, ja. Ist natürlich unnötig einfach dann sofort, dass du eine teure Uhren hast. Äh. Ist generell unnötig sofort, dass du eine teure Uhren hast. Also, hey, du kannst doch für Kinder spenden und eine Teure Uhren tragen, WTF, schließt sich doch nicht aus. Klar. Da muss ich mal Julienko verteidigen, kurz einmal. Sie ist jetzt nicht auf dem roten Teppich dabei. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das eine Hermes- oder eine Chanel-Tasche war, aber hatte auf jeden Fall auch kein günstiges Outfit an. Ich finde halt, irgendwie, man sollte so mal... Aber ich weiß noch nicht mehr ganz genau, was da war, aber man finde, man sollte sich einfach manchmal mal ein bisschen zurückhalten. Ja, und sie ist ja auch immerhin mit ihm zusammen, ne? Sind die noch zusammen? Ich habe letztens irgendwas angezeigt, dass wir irgendwie ein bisschen beef hatten. Aber das war bestimmt nur PR, oder? Kann sein, ja. Also ich glaube nicht, dass die... Ich habe jetzt zuletzt... Also ich weiß, was du meinst, habe ich auch gesehen. Dann habe ich danach aber wieder gesehen, dass sie irgendwie was geschrieben hat für immer zusammen. Oder sie halten immer... Also kann auch sein, dass sie nur meinte, sie halten zusammen. Schließlich kam dann auch noch das Fat-Comedy-Thema auf. Da war doch diese legendäre Ohrfeige, weiß ich jetzt nicht. Dass ich so lange nicht sage, weil ich höre erst mal zu, weil ich muss erst mal alles verarbeiten, in welchem Trash-Film wir gerade gefangen sind. Famoser Ohrfeige, sage ich jetzt mal. An Benjamin, ja. Und da hatte ja Oliver Poch am Ende auch den... Es leid einfach mal in DMs Benjamin, vier Prozent. ...den Prozess gewonnen, etc. Blabla. Ähm, können wir mal bitte auch darüber reden, wie unglaublich funny es eigentlich ist, dass diese Oliver Pocher-Ohrfeige innerhalb von einem 24-Stunden-Zeitraum zu der Will Smith und Chris Rock-Ohrfeige bei den Oscars passiert ist. Actually true. Ich meine, wieso? Ich bin auch actually... Also Fat-Comedy war auch irgendwie weird. Aber an sich fand ich es jetzt auch nicht schlimm, dass Oliver Pocher mal eine Klatsche bekommen hat. Also klar, ab dem Zeitpunkt, wo Gewalt sehr dolle wird, nicht gut. Aber so eine Schelle ist halt so, ja okay, fand ich jetzt nicht so schlimm. So real ist das eigentlich. Ich finde es auch so lustig. Ich muss auch sagen, die Will Smith-Ohrfeige fand ich auch funny. Erinnern sich manche von euch noch daran? Manche haben dann diese Verschwörungserzählung verbreitet, dass das ja alles abgekartet gewesen wäre. Und dass Oliver Pocher sich absichtlich hätte Ohrfeigen lassen, um sozusagen darauf anzuspielen, dadurch Fame nochmal abzugreifen, keine Ahnung, das Thema halt irgendwie zu behandeln oder so. Was es natürlich am Ende des Tages nicht war. Aber echt, also einfach unglaublich, dass es so direkt aufeinander folgend passiert ist. Beides bei einem öffentlichen Event, beides der gleiche Vorfall und beides auch auf Band festgehalten. Also stark. Einfach crazy. Hat er nicht jetzt in irgendeinem Prozess gewonnen, gegen den der ihm eine Ohrfeige gegeben hat? Ach ja, wer war das nochmal? Kriegt der jetzt nicht sogar richtig fett Kohle? Irgendwer, wie hieß der nochmal? Weiß ich auch nicht, aber hat er gewonnen, ja. Ich hab mich letztens sogar noch geschrieben. Der hat dem Pocher doch eine geknallt. Weswegen nochmal? Weiß ich auch nicht mehr auf irgendeinem Event. Weil er Oliver Pocher ist. Ja. Ich glaube, das war wirklich der Grund. Weil er immer so viel Lass hat. Ja klar, ist natürlich auch scheiße, einfach gewalzt jetzt echt keine Lösung, aber hat natürlich dann danach ganz groß rumgejammert. Genau. Und ich glaube, ich hab jetzt letztens gelesen, dass der auch richtig viel Geld von dem bekommt jetzt. 100.000 Euro Strafe musst du dir zahlen oder so. 100.000 Euro für eine Ohrfeige. Oh, Digga, Stress. Ich hatte jetzt sogar noch mehr gedacht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hat er das natürlich. 100.000 wegen einer Ohrfeige. Hat er da, klar, wie du schon sagst, Gewalt ist keine Lösung, aber er muss ja... Ich sag jetzt auch nicht, dass man mit sowas rechnen muss, aber weiß ich nicht, wenn ich so krass die ganze Zeit einfach nur Hetzjagd auf andere betreiben würde, würde so krass in der Öffentlichkeit stehen und ich glaube, ich würde mich gar nicht mehr ohne Security Typen raustrauen. Er hat ja schon öfter so Fälle gehabt, auch von Events. Ich hab schon häufiger Videos gesehen, wie Leute auf den irgendwie draufgegangen sind. Echt? Mhm. Aber er sich auch mit irgendjemand angelegt hat, hat erstmal von irgendeinem Event geflogen, weil er irgendwas gesagt hat. Oh, das hab ich auch mitbekommen, dass Oliver Pocher so richtig von der Polizei abgeführt wurde. Das war ein gutes Video. Warte mal, kriegen wir das hin, Freunde? Okay, jetzt ganz entspannt, du bleibst jetzt mal ganz entspannt. Grund für den Einsatz. Oh mein Gott, ist das peinlich. Er hatte gegen die Corona-Regeln des Veranstalters ver... Du bleibst jetzt mal ganz entspannt. Vor allem, er hat der Polizei die Ansage gemacht, du bleibst jetzt mal ganz entspannt. Oh, funny, Alter. Ist ein Opfer. Dann hat er da so, äh, lass mich los. So rumgeschrien. Ach, weiß ich nicht. Ja, also er muss... Ich find der ist noch nicht mal wert, dass man so viel über ihn redet. Er muss auf jeden Fall damit rechnen, dass er nicht von allen gemocht wird und vielleicht, wenn er über die Straße geht, es da mal den einen oder anderen gibt, der ihn wirklich sehr, sehr krass nicht mag und keine Ahnung. Ja, das find ich natürlich scheiße. Ja, aber es kommt ja, also ich meine jetzt nicht schlagen oder so, sondern auch dumme Sprüche bekommen. Aber er selber drückt ja eigentlich die dümmsten Sprüche, deswegen muss er damit ja auf jeden Fall klacken. Also das find ich krass, wenn er, ich weiß nicht, es gibt ja fast niemanden, über den er noch nicht hergezogen hat. Und wenn er dann dummen Spruch kriegt, muss er den halt auch... Was kann man eigentlich von einem Podcast erwarten, die die Pets und der Besserwiss heißt? Ja, Bro, das ist ein Gag halt. Chill mal, es gibt auch einen Podcast, der ist die letzte Schwester und der ist ganz stabil. Ja, das ist immer so, dass einer, der austeilt, aber nicht einstecken kann. So, der Bruch sitzt tief, offensichtlich kann er die einfach auf den Tod nicht ausstehen. Ich bin mal gespannt, ob irgendwie eine... Ich mag Poker nicht, niemand mag Oliver Pocher. Ich kenne wirklich keine Person, der sagt, ja, Oliver Pocher ist stabil. Niemand. Und Antwort darauf folgen. Lieber unproblematisch hören. True. Ich war so auf Thema in diesem Podcast, das ist unfassbar. Wird denn... Aber alles schon her, alles schon her, Freunde, alles schon her. Und Oliver Pocher sind ja auch sehr rede- und kommentierfreudig in deren Podcast. Die äußern sich ja ständig zu irgendwelchen Dramen und Social Media Geschehen. Und eigentlich, eigentlich ist deren Podcast schon so ein ziemlicher Gossip-Podcast. Und das meine ich im besten Sinne ever. Ich meine, es ist einfach Unterhaltung. Es ist ein sehr erfolgreiches Unterhaltungsformat, solange es die Leute dahinter bringen. Weil man sieht es ja auch immer wieder, funktioniert nicht für jeden. Aber grundsätzlich, ich liebe Commentary einfach. Ich muss sagen, ich liebe Commentary einfach. Für mich gibt es kein Too Much Information. Ich will einfach jedes Detail wissen, so erzähl mir alles. Auch im echten Leben einfach dieser göttliche Moment, wenn jemand neben dir sitzt und dann aus dem Nichts plötzlich sagt, findest du nicht auch komisch das? Und auf einmal verläuft alles in Zeitlupe und du schaust die Person mit glänzenden Augen an und die Funken zwischen euch sprühen. Naja, so viel dazu. Was denkt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich werde gleich drunter... Ey, starkes Video von Unico. Schaut auf jeden Fall gerne bei Unico vorbei. Macht stabile Videos. Falls ihr Bock auf mehr Trash, Gossip, Scheiße habt, ich habe Theo Stratmann interviewt. Gehört euch auch gerne in den Podcast mit Theo Stratmann von mir. Es war kein Interview, sondern es war eine Befragung. Deswegen bin ich auch gerne auch ein bisschen unsympathisch in dem Ding gewesen. Aber war geplant. Man muss auch Dinge kritisch hinterfragen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Nacht, Freunde.